Ihr habt es beide geschafft, ungeachtet dessen, was ich auch versuche, euch zu entzweien oder zu zerstören. Testen wir weiter. Will keiner von euch den anderen übertrumpfen? Als wärt ihr nur Maschinen. Das war's. Zu Beginn befürchtete ich eine zu große Nähe zwischen euch. Doch in meinen Versuchen, euch zu entzweien, lernte ich etwas über Vertrauen und Verrat. Eure Gehirne sind zu winzig für diese Gefühle. Also kann ich euch vollstens vertrauen. Eure Gehirne sind zu winzig für diese Gefühle.